Ich bin heute in Mannheim, der SV Waldhof empfängt in der dritten Liga WN Wiesbaden. Von den Vorzeiten spricht vieles für einen Waldhof-Sieg, denn die Blau-Schwarzen haben in dieser Saison bisher alle ihre Heimspiele gewonnen. Und auch die Bilanz gegen WN ist positiv, in bisher neun Duellen hat Mannheim nur eins verloren. Bei Waldhof wird Dominik Martinovic aller Voraussicht nach ausfallen, der Stürmer hat sich am Donnerstag krank gemeldet und auch das Abschlusstraining verpasst. Zudem fehlt Marco Höger nach seinem Platzverweis in Ingolstadt. Artirel Lebeau, Martin Winkler und Stefano Russo sind dagegen wieder fit. Ich werde versuchen so viel wie möglich vor dem Spiel zu filmen, ist aber ein bisschen schwer, weil ich selbst arbeite und tickern muss. Deshalb verzeiht mir schon mal, falls ich nicht alles drauf habe, dennoch viel Spaß. Ja! Ja! Amen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, ich melde mich nochmal vor dem Parkplatz. Insgesamt war's schon ein verdienter Sieg für Waldhof. Die zweite Halbzeit war deutlich besser als die erste. Ich hab zum Glück das Tor für euch auf der Kamera gehabt. Falls ihr Bock auf mehr solche Videos habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Bis dann.